Der Falter hat mit seinem aktuellen Cover einen mega Shitstorm ausgelöst. Die Wiener Wochenzeitung zeigt in seinem neuen Sonderausgabencover die Freundin von Sebastian Kurz, Susanne Thier, nackt. Kurz, der kürzlich Vater wurde, zog sich Anfang des Monats aus der Politik zurück, um ein ruhigeres Leben mit der Familie zu verbringen. Susanne Thier, die Lebensgefährtin von Kurz, drängte sich hingegen nie in die Öffentlichkeit. Dass der Falter nun ausgerechnet sie in einer Fotomontage nackt auf dem Cover zeigt, sorgt für Unverständnis und scharfe Kritik. Selbst langjährige Falterleser zeigen sich empört, aber auch Dutzende Politiker und Medienvertreter kritisieren das Titelbild. Sexistisch, beleidigend, frauenfeindlich sind nur einige der Twitter-Kommentare zu der Falterentgleisung. In den sozialen Netzwerken gibt es bereits eine Welle der Empörung. Selbst ZIP2-Ankerman Armin Wolf postet. Ich bin als Falter-Fan wirklich erstaunt, dass es in der Redaktion nicht genügend Leute gibt, die bei sowas sagen, das kann nicht euer Ernst sein, wir machen hier keine Matura-Zeitung aus den 1980ern. Sein ORF-Kollege Hanno Settele bezeichnet das Cover als epic fail. Kanzlersprecher Daniel Kosak spricht von einer Grenzüberschreitung. Und Ex-SPÖ-Medienminister Thomas Trotz da postet gar, widerwärtig, unverständlich, deplatziert. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert bereits einen sofortigen Stopp öffentlicher Inserate im Falter. Die Wiener Wochenzeitung ist nur durch Geld der öffentlichen Hand überlebensfähig. In manchen Ausgaben sind etwa 65 Prozent aller Inserate durch den Steuerzahler finanziert. Nepp postet zum Beispiel keine Stadt Wien Inserate für das sexistische Kampfblatt. Etliche User empören sich auf Twitter. Der Falter hat zum Beispiel Sebastian Kurz halbnackte Freundin auf sein Cover gezeichnet. Ja klar, das garantiert Aufmerksamkeit, aber es ist so dumm, so platt, so sexistisch. Wer winkt so einen dummen Schmarren durch? Best auf Böse vom Falter ist die reine Provokation. Immer wieder und das ist ja auch okay. Aber die Lebensgefährtin eines Politikers so darzustellen, nur um Aufmerksamkeit zu generieren, ist schäbig. Es ist nur sexistisch, es verletzt auch die Würde dieser Frau. Schreibt Veronika Bornmähner. Unkohl Falter. Eine mutmaßlich unbeteiligte Frau und Privatperson hier so entblößt und objektifiziert mitten ins Bild zu zerren, geht echt nicht. Schreibt beispielsweise Maria Mayrhofer. Auch FPÖ-Mann Harald Wilhelmski beteiligt sich an der Debatte. Die Frau von Kurz mit Kind reinzuziehen ist sowas von, sorry, Letztklassik. Und ich bin der Letzte, der das Kurzsystem verteidigt. Aber das ist nur noch eine linke Sauerei der Extraklasse. Schämt euch. Das Bild des belgischen Malers Jakob Jordains, The Holy Family with Shepherds, diente der Wochenzeitung Falter als Vorlage. Mit einer Fotomontage wurden die Gesichter von Sebastian Kurz, Susanne Thier, Alexander Schallenberg und Herbert Kekl für das Cover eingefügt. Untertitelung des ZDF, 2020